Die drei interaktiven Little Love Puppen verkleiden sich gerne. Mit ihnen kann gekuschelt und gespielt werden. Die süßen Puppen begleiten das Kind beim Entdecken von Formen, Körperteilen und Tieren. Tippt dem Häschen auf das Näschen. Drückt das Kind die Herztaste, erfährt es etwas über die Puppe und löst Sätze sowie lustige Geräusche aus. Häschen haben lange Ohren. Ich bin ein kleines Häschen. Ich habe mich verkleidet. Drückt das Kind auf den Bauch von Little Love, wird eine kurze Geschichte erzählt. Mit Emma im Eisbärstrampler, Greta im Giraffenstrampler und Hannah im Hasenstrampler macht das Spiel tierischen Spaß. Little Love von VTEC